Rick macht sich also auf den Weg, um den Prinzen für Ella zu suchen. Eigentlich will er das gar nicht, aber beide wissen, dass das Märchen so enden muss. Hier stehen wir nun, mittendrin im reißenden Strom. Ist ein Märchen nur, oder träum ich schon? Ich tue ja, was ich kann, aber was geschieht dann? Krieg ich das, was ich will? Will ich das, was ich krieg? Krieg ich das, was ich will? Will ich das, was ich krieg? Krieg ich das, was ich will? Werde ich wollen, was ich krieg von dir? Ich hab die Wahl, zu entscheiden fällt mir doch so schwer. Mein Kopf zieht hin, mein Herz zieht her. Und warte ich zu lang, geht's vielleicht den falschen Gang. Krieg ich das, was ich will? Will ich das, was ich krieg? Krieg ich das, was ich will? Will ich das, was ich krieg? Werde ich kriegen, was ich will? Will ich das, was ich krieg? Krieg ich das, was ich will? Werde ich wollen, was ich krieg? Wenn sie kriegt, was sie will, wird sie dann wollen, was sie krieg.